Hinter mir das dazugehörige Wäldchen, also das Wäldchen zum Schloss, ist ursprünglich mal ein Fasanenwald gewesen, wo halt eben das Niederwild drin sich vermehren sollte, damit man vom Schloss aus ganz, ganz möglichst einfache Jagdgelegenheiten hat. Die Jagd im Barock ist ein Thema für sich. Das ist wirklich ein Thema für sich. Ein schlimmes Thema im Übrigen. Und ich hoffe, da sind auch die moderneren Jäger mit mir d'accord, dass das mit der Jagd, wie man sie heute betreibt, überhaupt nichts zu tun hatte. Ist botanisch derzeit hier gerade relativ langweilig, weil wir haben Bärlauch. Wir haben den ein oder anderen Bärlauchteppich. Wir haben eine Mönching. Wir haben Scharboxkraut. Habe ich euch alle schon gezeigt. Und baumtechnisch haben wir hier jetzt auch nichts. Besonders prickelndes. Viel Hasel, ein paar Pappeln, vor allen Dingen relativ viele Pappeln. Interessant wären natürlich noch die Misteln, die hier teilweise oben in den Bäumen hängen. Gibt es hier in der Gegend sowieso relativ viele, weil viele Pappeln. Und die sind jetzt alle schon am Verrecken, weil es ein bisschen ältere Pappeln sind. Und wenn sie dann am Verrecken sind, dann freut sich die Mistel und nistet sich da ein. Was hier umgekippt ist, dieses dicke Ding da. Also schon bemerkenswerter Durchmesser. Aber ist halt bloß Pappel. Ist halt vom Holz her total unspektakulär. Kann man nichts draus machen, außer Brennholz, Bleistifte, Zahnstocher, irgendwie sowas. Aber sieht schon gut aus. So, und ich kann auch mal spaßeshalber kurz den Beweis liefern. Dass es sich hier um sehr weiches Holz handelt. Äh, Moment. So. Und ich hoffe, ich blamiere mich jetzt nicht. Tada. Also ihr seht, wenn das Eiche wäre, dann ging das nicht. Das Messer mit so wenig Widerstand derart tief da rein zu rammen. Äh, also das... Uff. Ne, bis hier hat es jetzt drin gesteckt. Also das ist halt wirklich mieseste Holzqualität, die gute Pappel. Also selbst wenn das jetzt hier natürlich schon ein bisschen angemodert ist. Äh, äh, Butterholz sozusagen. Aber macht schon was her. So rein von der Optik dieser dicke Stamm, der hier so mitten im Wald liegt. Ne, das macht schon was her. Auch ein schöner Anblick. Das finde ich dann immer so ein... Gerade wenn der... Also, fangen wir mal von vorne an. So was hier entsteht, wenn der Baum halt von innen heraus durchgefault ist. Was man hier wirklich schön sehen kann. Also der ist wirklich ein mustergültiges Exemplar. Von innen heraus durchgefault. Der ganze Kern des Baums ist weggefault. Und wenn man hier entsprechend in den Stamm reinguckt, stellt man auch fest, der wird mit Sicherheit schon ähnlich hohl gewesen sein, bevor er gefallen ist. Dadurch, dass der hier jetzt noch einigermaßen im guten Zustand rumliegt, äh, liegt der auch noch nicht allzu lange. Also, ein paar Jährchen wahrscheinlich schon, aber noch nicht allzu, allzu lange. Ich bin da immer vorsichtig, wenn ich jetzt genau Daten angeben soll. Aber das ist also wirklich ein schönes, wirklich beeindruckendes Exemplar, wo man das schön sehen kann. Da ist der Pilz reingekrochen. Der hat da wirklich den inneren Bereich vollkommen durchgehöhlt, ausgehöhlt. Und hier die äußeren Schichten des Baums, das habe ich euch heute auch erklärt, die halt eben zu diesem Zeitpunkt noch am Leben waren, die der Baum gut verteidigen konnte, weil er da halt eben in der Lage war, auch noch irgendwelche Antipilzmittel, sage ich jetzt mal vorsichtig, einzulagern ins Holz. Die hat er dann auch ganz gut beschützen können. Die brauchen auch jetzt noch länger, um abgebaut zu werden. Die sind ja jetzt noch vergleichsweise gutes Holz. Das hier könnte man sogar noch als Brennholz einigermaßen verwenden, während halt hingegen das ganze Innere halt vollständig aufgelöst wurde. Und hier kann man es halt auch noch mal ganz gut sehen. Und die äußeren Schichten, eben der Bereich, der noch am Leben war, als der Baum gefallen ist, der noch intakt war, der ist noch in ganz gutem, vergleichsweise ganz gutem Zustand. Aber wirklich schönes Bild. Schön zum Angucken. Da ist dann übrigens auch Schluss von der Höhe her. Was ich euch noch gerne zeigen wollte, bei den Anemönchen, es kommt auch durchaus mal vor, dass die äußeren Blütenblätter so leicht lila oder rosaartig sind. Oder auch die Spitzen der Blütenblätter so leicht rosa verfärbt sind. Ah ja, da kann man es auch noch mal schön sehen. Da bei der da hinten oder bei der da vorne und da hinten auch noch mal ein bisschen. Wenn das auftritt, dann meistens bei der ganzen Pflanze und das heißt in diesem Fall beim ganzen Teppich. Das ist alles wahrscheinlich, eben auch dadurch, dass die alle diese rosa eine Verfärbung haben, wahrscheinlich auch hier alles eigentlich dieselbe Pflanze. Dieser Teppich. Wahrscheinlich. Genau weiß ich es nicht, aber es ist anzunehmen. Also das mache ich unglaublich gerne im Frühjahr. Dann durch so einen, ja, gerade durch so einen relativ lichten Waldbestand stapfen und einfach mal schauen, was ist denn an Frühjahrsblühern schon da. Und Tatsache ist, es ist alles da. Also viel mehr kommt da nicht. Nicht nur das Maiglöckchen. Das Maiglöckchen habe ich noch nirgendwo gesehen. Weiß nicht, ob es hier noch welche gibt. Rein vom Standort her wäre es möglich, dass die auch hier vorkommen. Aber wir haben hier eigentlich, was hier jetzt am Boden rumsteht, das ist so die typische Zusammensetzung der Frühjahrsblüher im, ich sag mal ernst vorsichtig, durchschnittlichen Buchenwald. Das hier ist kein Buchenwald. Das ist eher ein Pappeln. Viel mehr als Pappeln habe ich noch gar nicht gesehen. Also es ist überwiegend zumindest ein Pappelbestand. Wenn ich ein bisschen suche, finde ich bestimmt auch noch was anderes. Ja, da steht eine Buche. Eine kleine hier. Das da, das ist eine Buche. Aber großenteils handelt es sich hier wirklich um einen Pappelbestand. So eine Pappel kann ja durchaus schön ausschauen im Wald. Es ist halt nur Eichen fehlen hier völlig. Man sollte doch eigentlich erwarten, dass auch ein paar Eichen da sind. Egal, lassen wir das. Jedenfalls ja, ne? Kann schon ein wirklich beeindruckender Baum sein und wächst auch super schnell. Besonders alt ist das Ding nicht. Das ist kurz vorm Abnippeln. Wahrscheinlich ist die auch innen hohl. Mit ziemlicher Sicherheit. Ah, Bärlauchduft. 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 Ah, ein paar Berge auch. Und dann gibt es hier auch noch. Okay, das, ja. Das war zu erwarten. Und Hasel. Hasel, Hasel, Hasel. Jede Menge Hasel. Ja, ne, auch eine Pappel. Auch eine Pappel. Ein bisschen komisch aussehen. So. Ja, soviel zu meinem Rundgang hier im Gestrüpp. Ich gehe mal wieder raus aus dem Gestrüpp. Oh. Doch noch was Spezielles. Doch noch was Spezielles. Ihr guckt mal hier, ne? Das Ding hier hat Dornen. Und treibt hier jetzt gerade was ist denn das? Ist das ein Weißdorn? Nein. Was ist denn das? Ist das? Hm. Also interessant. Das hat schon aus, das hat schon, das kriegt hier schon Blätter, ne? Ja, das wird ein Weißdorn, wenn es fertig ist. Ne? Also dieses Ding hier, dieses ganz dünne. Da. Und jetzt, damit man die Dornen auch wirklich gesehen hat. Hier. Ich hoffe man. Jetzt kann man es erkennen. Ja? Also da kann man sich schon ganz gut wehtun. So habe ich das auch gerade entdeckt. Ich habe mir nämlich wehgetan. Hehehe. Ja. Ja. Schön, schön. Schön, schön. Ja gut, aber das reicht jetzt wirklich. Das ist eine Eibe. Ja, hier stehen auch Eiben im Bestand. Und da kann man auch schön erkennen, eigentlich ist das so ein natürlicher Standort für eine Eibe. Unter allem anderen, ne? Also selbst wenn da jetzt das Laub austreibt, eine Eibe bekommt noch genug Licht, um hier unten langfristig rumstehen zu können. So würden eigentlich sehr naturnahe Wälder bei uns stellenweise aussehen, dass man halt eben in der Strauchschicht, in der normalerweise fast nichts steht, das ist ganz natürlich für deutsche Wälder, doch immer mal wieder vereinzelt eine Eibe anzutreffen. Also ungefähr von dieser Höhe teilweise sicherlich von dickerer Dimension, wenn es ein bisschen älter wird. Aber die Eibe kann das. Das ist der einzige Baum, Eibe und Ilex, die es halt eben schaffen, unter zum Beispiel einem Buchenwald noch vor sich hin zu vegetieren. Ist ja Vegetation. Vegetation darf man das sagen, dass sie vor sich hin vegetiert. So, aber jetzt gehe ich wirklich wieder zum Rück in den Park. Ja, das hier ist auch wieder eine Eibe. Ein wirklich wahnsinnig tolles Exemplar vom unteren Stammbereich her und sehr groß, sehr mächtig. Die dürfte ungefähr so alt sein wie der Landschaftsgarten hier. Also so mindestens 200 Jährchen. Naja, alter kann sie eigentlich nicht sein. Also 200 plus ein paar. So alt wie der Garten halt eben selber. Mit Sicherheit. Weil Alpen wachsen sehr, sehr, sehr langsam und was als quasi Gesamtdurchmesser zählt, ist jetzt hier dieser untere Bereich. nicht so sehr die zusammen aufaddierten Durchmesser der Einzelstämme, sondern wirklich dieser untere Stammfuß. Ja, und das Teil hier, das kennt man unter dem schönen Namen sehr passend Redwood. Redwood Tree. Das ist ein richtiger Mammutbaum. In Anführungszeichen richtiger Mammutbaum. Sequoia Dendron Giganteum. Da kriegt man Rückenschmerzen, wenn man da entsprechend hochfilmen möchte. Ja, es gibt größere, auch bei uns in Deutschland, aber die machen schon was her, die Dinger. Aber dazu habe ich mal sehr ausführlich bereits was erklärt. So, und da steht es noch mal, damit ihr mir auch glaubt. Ein paar beeindruckende Buchen gibt es hier auch. Und ich habe ja auch schon mal erklärt, wenn man schon sich und seine Liebste, was auch immer das jetzt hier genau heißen soll, S und S. Naja, Miss S plus S. Victor. A. Vermutlich fehlt da ein I. Oder Victory. Ich weiß es nicht. Äh, Bimbo? Naja, wie auch immer. Jedenfalls, wenn man sich schon in einem Baum verebigen muss, dann sollte man wirklich, wenn man möchte, dass das da auch eine Weile steht, D. Töckse. Achtung, ich heiße Töcksen, nicht Töckse. Ich war das nicht. Jedenfalls sollte man, wenn man möchte, dass es lange zu sehen ist, eine Buche nehmen, weil sich die Rinde quasi ausdehnen kann. Es gibt hier keine Schuppen, es ist eine sehr glatte Rinde. Man spricht von einem Peridermbaum. Äh, die äußere Rindenschicht wird nicht immer wieder abgeworfen und von innen heraus erneuert, sondern die lebt quasi. Es gibt kein totes Material außen, äh, und ist deshalb auch dehnfähig. Kann also auch in die Breite wachsen, wenn der Baum dicker wird, wächst die Rinde mit. Und das führt dazu, dass hier auch die reingeritzten Sachen immer breiter werden und sich in die Breite verschieben. Das ist jetzt noch nicht so lange her, äh, dass da oben scheint ein bisschen älter zu sein, so wie das ungefähr aussieht. Und da die Rinde lebt, ist sie auch in der Lage, so eine Verletzung relativ gut abzuheilen und von außen, von innen quasi neue Rindenpartikel eben in, äh, die Verletzung hinein wachsen zu lassen. Auch das hier, was immer das sein soll, künstlerischer Art, hat es ja ganz gut überstanden. Und, äh, da ist alles geheilt. Also die sind alle zu sämtliche dieser tollen Einritzungen. Buche ist da relativ zäh und widerstandsfähig. Das sollte man selbstverständlich trotzdem nicht tun, ne? Äh, also das sollte jetzt ein Gag sein, wenn man schon in einen Baum irgendwas einritzt, dann in die Buche. Also selbstverständlich ritzt man nichts in einem Baum ein. Ein, natürlich, die kann das ganz gut wieder heilen. Es kann aber auch passieren, dass sie es eben nicht heilen kann, dass dann durch so eine Verletzung eben der Pilz eindringt. Und vielleicht ist diese Buche innen hohl. Wir wissen es nicht. Äh, unwahrscheinlich, unwahrscheinlich, aber potenziell wäre es möglich. Hier haben wir wieder ein schönes kleines Bärlauch, Buschwindröschen und, was ist das da hinten? Wisst ihr es noch? Ah, Ronstab. Mischgemisch. Ja, deswegen ist das, glaube ich, so angeblich häufig vorkommt, dass jemand Aronstab mitsammelt, wenn er Bärlauch sammelt. Weil teilweise wächst er halt schon direkt nebeneinander oder auch ineinander, dass der Aronstab quasi als Insel im Bärlauchmeer steht. Aber, wie blöd muss man sein? Aber das soll angeblich wirklich immer mal wieder vorkommen. Ne, ich weiß es nicht. Ich habe noch was Interessantes gefunden. Das hier hinter mir ist eine Pino-Stroh-Burst. Also auch wieder eine Kiefer. Moment, hat die auch einen deutschen Namen? Weiß ich gerade gar nicht. Gucken wir mal. Senkt die ein... Ach, Waymoves-Kiefer. Waymoves-Kiefer. Ja, Englisch und ich. Jedenfalls haben wir Glück. Es ist ein Zweigchen runtergefallen. Die Krone ist nämlich ein bisschen hoch. Da wäre ich jetzt nicht herangekommen. Die Strobe, man nennt sie auch gerne Strobe, auf Deutsch zeichnet sich dadurch aus, dass es eine fünfnadelige Kiefer ist. Also die Einzelnadeln, die sehen ziemlich kiefermäßig aus, sind aber deutlich weicher und kuscheliger. Ah, kuscheliger. Wir haben sie gerne im Studium auch als Kuschelkiefer bezeichnet, weil die sind wirklich angenehm vom Gefühl her. Das kitzelt ein bisschen. Ja, und mehr aber auch nicht. Kuschelkiefer, ne? Man kann da auch prima seine Kommilitoninnen mit auf der Exkursion beglücken, sage ich jetzt mal. Ganz vorsichtig. Ja, wie gesagt, fünfnadelig. Kiefern haben ja immer Nadelbüschel. Bei unserer einheimischen Kiefer sind ein so ein Büschel immer zwei Nadeln. Bei allen unseren einheimischen Kiefern und auch bei der Schwarzkiefer meine ich, werden es zwei oder drei Nadeln in einem Büschel. Und bei der Strobe hier haben wir immer fünf Nadeln im Büschel. Also normalerweise. So, jetzt muss ich nur eins abruppen. so, wir haben hier jetzt ein so ein Büschel und ich zähle mal nach. Eins, drei, vier, fünf. Ja, stimmt. Müsst ihr mir jetzt einfach glauben und ihr seht, das ist auch wirklich ein Büschel. Die sind hier unten zusammengewachsen. Das ist immer so ein Nadelbündel. Ja, also diese kuscheligen Nadeln ungefähr so lang wie unsere Einheimischen mit denen man sich ein Gesicht rumpinseln kann, ohne dass das irgendwie unangenehm wäre. Ich persönlich mag das eigentlich eher. Und eben fünf Nadeln im Büschel. Das ist ganz, ganz, ganz einfach zu bemerken, einfach festzustellen, dass es sich dann dabei um die Strobe Pinus Strobus handeln muss. So. Es wird ja immer besser. Ich wusste gar nicht, dass es das Ding hier auch gibt, wo ich jetzt gerade runterstehe. Das hier ist jetzt wieder eine Scheinzypresse und zwar die andere. Es gibt diese zwei Scheinzypressen, die bei uns einigermaßen wachsen. Das eine ist die Lonson Scheinzypresse und die andere, die hat so einen furchtbar unaussprechlichen Namen. Ich zeige euch nachher das Schild, da muss ich mich jetzt schon nicht blamieren. Zwei interessante Dinge. Erstens, die ist hier gerade ordentlich am Stäuben. Kann man wunderbar sehen. Schön, nicht? Also das ist alles Pollen, was hier entsprechend rausstaubt. Dagegen ist kaum jemand allergisch, weil das Ding ist nicht einheimisch. Die sind selten, gibt es kaum in Deutschland. Deswegen relativ harmloser Pollen. Momentan kann die auch nichts anderes bestäuben als die Unterscheidung ist jetzt zur Lawson Scheinzypresse, dass man hier diese mysteriösen X auf der Nadelunterseite, also das ist die Nadeloberseite, das ist die Nadelunterseite, man sieht so gut wie keinen Unterschied, aber diese mysteriösen X, die da zu sehen sein sollen, die sind hier halt eben nicht drauf. Das ist also quasi die Scheinzypresse ohne irgendwelche interessanten Merkmale und tatsächlich sieht man das hier ganz gut. Ich weiß nicht, ob hier irgendwelche X erkannt hat auf dem anderen Exemplar jedenfalls sind hier jetzt tatsächlich keine. Also das, was ihr euch vielleicht eingebildet hat, was ein X hätte sein können, sollte hier jetzt fehlen, dann könnt ihr euch sicher sein, dass ihr es beim anderen Ding richtig erkannt habt und hier jetzt eben entsprechend überhaupt kein besonderes Merkmal bitte erkennen solltet. Dann ist alles in Ordnung. Und wir kommen zum Namen von dem Ding, den auszusprechen, Nordkorea Scheinzypresse. Es gibt auch noch einen anderen Namen, nämlich Kanto Zyparis Not Catensis. Klingt auch wieder nach einem Harry Potter Zauberspruch. Es gibt glaube ich noch eine dritte von diesen Scheinzypressen, die theoretisch in Deutschland stehen können. Oder sogar noch eine vierte. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber da steige ich aus. Das sind die zwei, die ich theoretisch zumindest Kern theoretisch mit 70 prozentiger Wahrscheinlichkeit. Also das ist ein Service. Dieses Exemplar hier von einer Rosskastanie hat extra auf Kniehöhe ein paar Knospen angelegt, damit ich euch die zeigen kann. Von der Knospenbestimmung her gehört das Ding zu den einfachsten Arten überhaupt, weil sie schlicht und ergreifend die größte Knospe im deutschen Pflanzenreich vorzuweisen hat. Rosskastanie, die Blätter kennt ihr hoffentlich, die sind ziemlich riesig und dieses gigantische Rostpastanienblatt passt halt in eine Knospe und dafür muss die Knospe entsprechend groß sein. Und zweite wesentliche Eigenschaft, die zur Bestimmung der Knospe sehr hilfreich ist, ich hoffe, man kann das so ein bisschen erkennen, die glänzt so leicht, so ein bisschen feucht und ist extrem klebrig. Also man bleibt da richtig dran betten. Man kann das sogar ein bisschen hören, ich weiß nicht, wie gut das Mikro meiner Kamera ist, also ich hoffe, ihr, da an meinem Zeigefinger kann man es ganz gut sehen, dass das wirklich da auch am Daumen klebt richtig. Und das ist ein schönes Bestimmungsmerkmal eben für die Knospen der Rostkastanie, die klebrigen Rostkastanien, riesen Knospen. Also man sieht das schon, wie gesagt, hier meine Hand nochmal im Vergleich, die sind schon wirklich groß, diese Knospen und das sind jetzt diese relativ kleine. Wenn wir uns jetzt hier mal im Bereich der Zweige umgucken und hier dann mal so eine Knospe heranzoomen, aber die sind schon wirklich wirklich groß, die Dinger. So, so und hier habe ich auch die perfekte Schlusseinstellung gefunden, nämlich mit den zwei hier, denn ein altes chinesisches Sprichwort besagt Ente gut, alles gut. Also das ist jetzt das Ente. Okay, der war scheiß, aber ich mag Enten. Enten sind toll. Zu Enten muss ich auch mal irgendwann was erzählen. Also zu stinknormalen Stock Ente, ein unglaublich erfolgreiches Tier. Egal, tschüss, macht's gut, das sollte ein Winken sein, das sieht man jetzt wegen dem Zoom nicht richtig. Bis zum nächsten Mal und ich hoffe, wir haben alle ein bisschen was gelernt. Inklusive mir, dass ich nämlich richtig lag mit meiner Lorson Scheinzypresse. Erfolgserlebnis des Tages. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.